Habt ihr schon einmal von Ayatul Kosi Armreifen gehört? Sie sind wirklich wunderschön und viele Shops verkaufen sie für 30 Euro. Wir möchten uns bei unseren treuen Kunden bedanken und verschenken diese Armreifen für jede Bestellung bei uns. Kommentiert eure Bestellnummer in den Kommentaren, damit wir eure Bestellung nicht vergessen. Besuche linktree.com jetzt.